Ja, Hallöchen! Mentoring für junge Leute von 18 bis 25 Jahren. Ich habe mir damals gewünscht, als ich jung war, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mich unterstützt, der mich begleitet, der mich an die Hand nimmt, der mir zeigt, wie ich erfolgreich unterwegs bin, der mir wirklich, wirklich alles, alles zeigt, der mich in die Geheimnisse einführt, der Welt eines erfolgreichen Machers, einer erfolgreichen Macherin, eines erfolgreichen Unternehmers. Das habe ich mir so sehr gewünscht. Und jetzt erfülle ich das für junge Leute von 18 bis 25 Jahren. Es gibt eine wunderschöne neue Facebook 18 bis 25 Jahren. Da kannst du dich riesig, riesig drauf freuen. Melde dich jetzt gleich in der Gruppe an. Und ja, du wirst so viele, viele, viele wertvolle Inputs bekommen rund um ein erfolgreiches Leben. Alles Liebe! Ciao! Bye, bye!